3LIFES Devolver Digital Oh yeah, Debe! Herzlich Willkommen endlich zu Anger Food Der Vollversion Ich bin gespannt Ich habe schon was eingestellt Ich hoffe es ist nicht zu laut Denn die Musik schafft ziemlich gut Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt hinein Let's fucking go Brand heißt Sneaker Ungeöffnet Treffen vor den Mehrblicken Höhen Mehr Blick Höhen Okay Die die mich verfolgen wissen vielleicht dass wir ja hier schon mal die Demo gespielt haben und das Spiel ist unglaublich nice Deswegen der Primo Sneaker hier Ach, du kommst zu spät Die Brutalos haben mich ausgeraumt Wenn du diese Schuhe willst, musst du sie dir holen Klar, das machen wir doch Ah, das ist ein Sneaker-Typ Die Brutalos haben diese Wohnung besetzt Keine Besucher Tja, ich glaub da habt ihr was Falsches In ihr mind In ihr mind No criminal record needed Join the violence gang Oh yeah Oh yeah Aldi Das ballert Und scheppert Oh 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 Ups Das hätte ich nicht trinken können Ups, das hätte ich nicht trinken können Alter Das fällt so weg Alter Das fällt so weg Oh Oh Ihr seht das Spiel ist Unglaublich schnell Halt Bitte, tritt mich nicht. Du kannst dich nicht graben. Schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Debauchery gang, the unholiest of hedonists, all these goons answer to the crime minister, all but one. Anger Foods. Nice. Geiles Intro. Wir haben unsere Sneaker. Shit City. Furry Flats. But we can't wait. Furry Flats. vote. Furry Flats. Furry flack. Furry glän. Furry siltsuaed But best dage some other. Furry sl退 regret. hier. Gut, Türen öffnen können wir. Nur mit den Füßen. Autsch. Hallo. Geh einfach hoch. Ich versuche zu schlafen. Für meinen Nebenjob als Rattenfinger muss ich gut ausgeruht sein. Die Ratten schießen scharf. Ups. I'm sorry. Oh, wie fies. Okay, da kommt was raus. WTF. Wir gehen mal wieder. Das hat niemand gesehen hoffentlich. Willkommen zurück. Und? Bereit für den Filmabend? Ich habe einen besonderen Streifen ausgesucht. Oh, du hast das letzte Paar Prima Sneaker abgegriffen? Voll wild. Ah, los. Lass sehen, wie sie sich im Sneaker-Zimmer neben den anderen machen. Ernsthaft? Ich feinde Musik. Unglaublich. Lander Party. Jetserie-News-Gang. Im Frisur bei verunterhören unbekannte Barfussläufe nach Wohnungsüberfall beim Verlassen der Slums gesichert. Pizza und Pitet? Spillt. Der heilige Graal! Primo-Sneakers! Alle vier Paar Primo-Sneaker? Deine Sammung ist komplett! Ich würde mich total für dich! Nice! Diese Smoker gehören jetzt den Brutalos! Der wirst sie niemals tragen! Schleimbüttel! Der kidnappt deine Primos! Wir müssen sie zurückholen! Lass uns die Buden! Der Brutalos nach seinem Verstecktuch zuhören! Der Filmhaben kann warten! Komm schon! Shit City City Map! Update Ganglief ist hier! Territories! Die Brutalos! Sneakershowdown! Da waren wir gerade! Heimke! Ziemlich geil gemacht! Die Jagd beginnt! Schliessen das Level ab! Schliessen das Level nur mit Dritten ab! Schauschütze töte 10 Schläge mit Kopfschuss! Die Jagd beginnt! Let's fucking go! Let's fucking go! Tz 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 tz! Oh yeah! Oh yeah! Okay, komm wir versuchen es mal nur mit Dritten! Nimm mal hier! Nimm mal hier! Deine! Energy Drink! Auf der Toilette! Spielen! Broforce! Broforce! Was? Hä? Aber das runiert meine Zeit! Ach komm! Scheiss drauf! What the fuck? Okay! Wieso auch immer eigentlich der Score schon auf 2 Millionen ist! Okay! Okay! Es wird immer schneller! Die Zeit ist gerade unser kleinster Gegner! Zumindest für das Level! Der Automat explodiert gleich! Wahrscheinlich! Fünf... No! Vielleicht wäre 5000 das... Game over! Vielleicht wäre 5000 das... Vielleicht wäre 5000 das... Das Ziel gewesen! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh shit! Zum 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 ziel Jog beginnt, Level endet 16, 16 schließt das Level ab, Kurist schließt den Level nur mit Dricken ab WTF passiert hier Sonnenhöhen Apartments Speedrun schießt das Level innerhalb von 40 Sekunden ab Perfektion schießt das Level ohne Schaden zu erleiden ab Schaffe ich wahrscheinlich beides nicht, aber mal schauen Dürfen welches schiessen offensichtlich Unsere Waffe ist leer Hab ich nicht gesehen Wie nehmen die es ab? Genau das war das, wir müssen ja die Waffen wegschmeißen und neue Waffen abzunehmen Ich muss unbedingt ein paar Tasten umändern Auf die Maustasten, denn ich Gerade hier sonst ein bisschen durcheinander Das ist Shit Ich möchte halt versuchen eigentlich das Level so abzuschließen Wie man wenigstens ein von beiden Dingen bekommt Wie man wenigstens ein von beiden Dingen bekommt Die Mille Waffe Okay wir haben hier alles Ist leider schon zu spät die Zeit Oh shit Okay da geht es glaube ich raus Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Das ist schwierig Und den Bügelblick zu erhalten Und den Bügelblick zu erhalten WTF WTF Oh shit Oh shit 40 Sekunden wie soll man das schaffen Und ohne Schaden Ich würde sagen Ich würde sagen Das war's erstmal für die erste Folge Ich Schau mal kurz mit ein paar Tastenbelägungen Und dann Machen wir das Level hier nochmals Und versuchen wenigstens Perfektion zu machen Ja Ich würde sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal bei Angerfoot Haut rein Und bis zum nächsten Mal bei Angerfoot